Hallo da! Es wurde sich ja gewünscht, dass wieder ein Video mit Alkohol kommt und ja, dieses Video wird kein Alkohol beinhalten, aber dafür das nächste wahrscheinlich, ich weiß nicht so krass wie ihr denkt, aber es wird irgendwie sowas in der Art werden wahrscheinlich, wenn die Kamera funktioniert, wenn sie nicht funktioniert, wird es das Video nicht geben. Sieht man dann auf jeden Fall, seid auf jeden Fall gespannt. Ich würde sagen, ich packe das neue Kamerateil jetzt erst mal. Also gut, das hat jetzt zwei Tage gedauert und es war ein Summer Sale, weshalb das Ganze nicht so viel gekostet hat, wie es eigentlich kostet. Ich werde euch den Preis nicht hinschreiben, ich verlinke euch aber die Kamera unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr es selber nachschauen, den Preis schreibe ich nicht hin, weil scheinbar ist es ja flexen, wenn man nennt, wie teuer die Kamera ist. Ja, ist nur so ein Ding, wie heißt es, Lieferschein, das braucht man eigentlich nicht. Dann haben wir hier noch so coole Kissen drin, die ich eigentlich komplett liebe. Man kann sich da richtig entspannt drauf. Ja, und dann hier die Kamera und zwar ist es diesmal die Osmo Pocket von DJI, das ist so ein 3-Achsel, ich glaube Gimbal nennt man sowas. Das verfolgt dann halt so das Face und macht dann so die, du kannst es, egal wo du es hinhältst, es dreht sich dann so und, boah, ihr wisst was ich mein. So, 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 dann packen wir das Ganze doch mal aus, ich bin so gespannt, ne, dieses, und man sollte angeblich sogar mit irgendeiner App, kann man das dann irgendwie so erweitern oder sowas. Wow, ich hab einfach nur die Halterung für den Laden abgerissen, ne, hab ich nicht gekonnt bis jetzt. So, es ist fertig, wir können das Ding, ah, da oben. Da wäre ich jetzt natürlich mal wieder nicht draufgekommen. So, jetzt ziehen wir das ganze Teil hier mal ganz langsam raus. Es hat funktioniert, es ist draußen und wir haben hier natürlich, das vermute ich meist die Kamera selbst, weil das ist auch das Größte und dann kann man jetzt hier noch was rausziehen. Ich bin mir grad nicht sicher, was das hier überhaupt dann ist und was ist das hier alles? Gut, also hier unten ist noch so ein Sack drin mit irgendwie Gel, keine Ahnung. Genau, also hier, äh, Papierkram, äh, irgendwie so eine Quickstart Guide mit Garantiegrafel und genau, dann gucken wir mal noch hier rein in das Zubehör-Täschchen. Na, was ist denn da drin? Oh mein Gott, ein Kabel! Und es ist ein, ist es ein USB-C oder ist es ein USB, Mini-USB einfach noch? Es ist ein USB-C, Halleluja, ja Gott sei Dank. Ich habe jetzt schon gemeint, ey, das ist wieder dieses alte, oh, sogar noch ein Band zum rumschlafen irgendwie so. Okay, also ein USB-C-Gabel, ein Band zum rumschlafen und hier nochmal ein USB-C-Adapter für das Handy glaube ich, aber was ist das? Stimmt, ja, hier ist nochmal einer für Lightning dabei, wie ich es gedacht habe. Das bedeutet, man kann das sogar ans iPhone anstecken, aber ich habe kein iPhone, deswegen interessiert mich das nicht. Und ja, ich würde sagen, wir machen mal die Kamera an sich auf. Boah, das ist so geil. Sogar hier so mit so einem Trageding, wie auch immer, das sieht irgendwie so aus wie so ein von einer Uraltkamera, so die DJI Osmo-Pock. Auch wenn es einen echt behinderten Namen hat. Äh, Follow the Steps in the DJI Mimo-App. Okay, das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal diese scheiße App runterladen. Okay, während diese App jetzt runterladen, werde ich hier schon mal die Folie abziehen. Das ist eine süße kleine Folie und ich möchte das Ding natürlich nicht kaputt machen, aber wenn nämlich die Mikrofonqualität wieder so scheiße ist, wie bei der letzten Kamera, dann wird das Ding sofort wieder zurückgeschickt, weil ich sehe es nicht ein, Geld zu zahlen, wenn was scheiße ist. Wenn ich jetzt das Gerät gefühlt eine halbe Stunde lang gebraucht habe, um dieses Gerät zu aktivieren, weil dafür brauchte man diese App und irgendwie war der Play Store von meinem Handy nicht in der Lage, diese scheiß App zu installieren. Deswegen hat es jetzt etwas gedauert, so gut eine halbe Stunde. Aber hier ist es jetzt, das wunderschöne Teil mit der tollen Kameralinse hier oben. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal versuche, hier diese Kamera als Gesicht quasi zu nehmen, die hier tracke, dann funktioniert das schon mal überhaupt nicht, weil ich keine Ahnung habe, wie mir das Ding bedient. Aber ja, auf jeden Fall ist das jetzt hier die neue Kamera quasi. Die kann sich jetzt hier so bewegen und hui. Und das sieht man jetzt dann schon noch demnächst irgendwann, wie das funktioniert. Ich muss mich da jetzt erstmal schlau machen. Ich bin jetzt auch ehrlich gesagt ziemlich geschafft, weil das war jetzt ziemliche Anstrengung, diese App doch noch drauf zu installieren. Das hat mich jetzt halber wahnsinnig gemacht. Ich muss 10.000 Mal den Play Store irgendwie zurücksetzen. Mein Handy hier ist am glühen. Ich schwöre es euch. Es ist wirklich Wahnsinn. Ich werde das jetzt wahrscheinlich auch erstmal in den Kühlschrank legen. So, das liegt jetzt mal hier drin, weil das hat jetzt scheinbar so echt beansprucht, dass es irgendeine App runterzuladen. Ich verstehe nicht, wie das so extrem ein Handy auslasten kann, eine scheiß App zu installieren und es dann damit zu verbinden mit diesem Adapter hier und dann noch das Update für die Kamera runterzuladen. Und es kann doch nicht sein, dass das so hoch anspruchsvoll ist, dass das den kompletten Prozessor und allen anderen Scheiß in dem Gerät auslastet. Scheinbar schon. Ja. So, ich würde sagen, das war es dann aber auch an dieser Stelle von dem Video. Ich werde das Ding ausprobieren und werde das nächste Video mit diesem Ding aufgenommen sein. Und ja, vielleicht wird es noch, wenn ihr das wollt, ein ausführlicheres Review dazu geben, aber ich glaube es jetzt mal ehrlich, weil ich muss mich jetzt da erstmal selber reinfinden. Ich habe nämlich keine Ahnung von diesem Teil. Ich habe die Tutorials gerade alle übersprungen, weil ich einfach nur dieses Scheiß-Update auf die Kamera gerade tun wollte. Und ja, deswegen sehe ich jetzt dann schon, wie ich das letztendlich dann pendle. Ja, ansonsten war es das aber schon vor dem Video. Ich verabschiede mich, lasst gerne ein Like da und ja, tschüssi. Und dann Indigenous, die drin zuyenden. Mal schauen, bis dann alle ins arcane Tesuart bekämen. Wir sehen uns begin mit der Risorgung. Vielen Dank.